Wenn unsere Wertetabellen sehr groß sind, verlieren wir leicht den Überblick über unsere Werte und Operationen. Damit das nicht passiert und wir unsere Konzepte nicht immer wieder neu programmieren müssen, modularisieren wir die Operationen. Modularisieren bedeutet dabei, dass wir zusammengehörende Operationen in Module organisieren. Wie räumen wir aber die Operationen in unseren Excel-Arbeitsmappen am besten auf? Excel-Arbeitsmappen verfügen ja über Arbeitsblätter und wir können fast beliebig viele davon zu unseren Arbeitsmappen hinzufügen. Beim Modularisieren mit Excel nutzen wir aus, dass Operationen Zellen auf anderen Arbeitsblättern adressieren können. Wir verschieben also Operationen auf eigene Arbeitsblätter, so trennen wir sie von unseren Werten und fassen Arbeitsschritte zusammen. Ein Arbeitsblatt wird dadurch zum Modul für unsere Programme. Das veranschaulichen wir uns mit der Formel f von x ist gleich 2x² plus 4x. Diese Formel ist nach der CAPS-Regel operationalisiert und in vier Arbeitsschritte aufgeteilt. Wir verschieben also die Operationen auf ein eigenes Arbeitsblatt. Excel stellt dabei sicher, dass die Referenzen unserer Operationen auch nach dem Verschieben auf die ursprünglichen Adressen zeigen. Damit haben wir den ersten Schritt der Modularisierung gemacht. Wir haben unsere Operationen von den Werten isoliert. Was bleibt ist, dass die Operationen immer noch direkt an die Werte gekoppelt sind. Damit sind die Operationen in unserem Modul abhängig von den Werten, mit denen sie arbeiten. Es ist deshalb unser Ziel, die Abhängigkeiten unserer Operationen zu den Werten zu verringern. Unsere Strategie ist dabei, dass wir die Referenzen auf andere Arbeitsblätter von unseren Operationen trennen und in einen eigenen Bereich zusammenführen. Wir fügen dazu für jede Referenz auf ein anderes Arbeitsblatt eine Spalte vor unseren Operationen ein. Die Anzahl der Spalten hängt von der Anzahl der Referenzen auf unterschiedliche Werte auf anderen Arbeitsblättern ab. In unserem Beispiel verweisen die Operationen in einer Zeile immer auf den gleichen Wert. Das bedeutet, wir brauchen nur eine Spalte. Jetzt passen wir die Referenzen in den Operationen so an, dass sie auf die neue Spalte zeigen. Damit verlieren wir erst einmal unsere Ergebnisse. Der Vorteil dieses Schritts ist, dass die Referenzen in den Operationen sich nicht mehr ändern können. Das Umformen der Verweise kann durchaus etwas aufwendiger sein, wenn mehrere Operationen auf die gleichen externen Werte verweisen. Dieses Umformen bezeichnen Programmierer übrigens als Refactoring. Jetzt müssen wir wieder den Bezug zu unseren Werten herstellen. Dazu erstellen wir eine Operation in der ersten Spalte unseres Moduls, die auf die Werte in der Wertetabelle referenziert. Wir können uns das so vorstellen, dass wir damit die Werte in unser Modul kopieren. Jetzt sind unsere Ergebnisse auch wieder da. Beachten Sie, dass in der neuen Spalte nur Operationen stehen, die eine Referenz auf eine andere Zelle auf einem anderen Arbeitsblatt beinhalten. Damit erhalten wir eine Kopie unserer ursprünglichen Werte, mit denen unsere Operationen nun arbeiten können. Damit wir den Ursprung der Werte besser nachvollziehen können, fügen wir eine zusätzliche Spalte vor unseren Werten ein. In die Zelle A2 schreiben wir jetzt ist gleich Formel Text von B2. Durch diesen Trick sehen wir leicht, woher unsere Daten stammen. Durch die einfache Referenz auf das Datenblatt haben wir nichts anderes als ein Parameter für unsere Operationen erstellt. Deshalb bezeichnen wir diesen Schritt auch als Parametrisierung. Dieses Kopieren von Werten beim Übergeben von Parametern ist typisch für die meisten Programmiersprachen. Damit reservieren wir einen Speicherbereich für die Werte, die in einem Modul verarbeitet werden sollen. In unserem Beispiel ist dieser Speicherbereich unsere Parameterspalte. Beachten Sie unbedingt, dass Sie bei der Parametrisierung nie Werte kopieren, sondern immer nur die ursprünglichen Werte adressieren. Nur so können Sie die Werte nachträglich ändern und Excel berechnet Ihre Ergebnisse automatisch neu. Durch Parameter kapseln wir unsere Operationen von den eigentlichen Werten ab. Deshalb wird das auch als funktionale Kapselung bezeichnet. Ein zentraler Vorteil der Isolation und Kapselung unserer Operationen ist, dass wir die gleichen Operationen einfach auf unterschiedliche Werte anwenden können. Dazu kopieren wir unser Modularbeitsblatt und passen die Parameter unseres Moduls an, sodass sie auf andere Werte zeigen. Dadurch wird der dritte Aspekt der Modularisierung deutlich, die Wiederverwendbarkeit. Wir können ein vorbereitetes Arbeitsblatt mit Operationen immer wieder kopieren und mit neuen Werten rechnen lassen. Damit sparen wir uns viel Zeit. Wir haben in den früheren Episoden schon gesehen, dass sich Funktionen oft aus verschiedenen Operationen zusammensetzen. Beim Modularisieren halten wir nach Möglichkeit die Operationen zusammen, die zu einer Funktion gehören. Als Richtlinie für das Trennen von Modulen können wir die Parameter nutzen. Wenn wir Parameter haben, die im Verlauf der Arbeitsschritte nie gemeinsam verwendet werden, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass wir die Operationen in getrennte Module aufteilen sollten. Ein weiterer Hinweis zum Aufteilen von Operationen in getrennte Module sind wiederkehrende Abfolgen von Operationen. Diese wiederkehrenden Operationen fassen wir auf einem eigenen Arbeitsblatt zu einem Modul zusammen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass wir die Logik unserer Operationen übersichtlich strukturieren. Dabei hilft es, wenn wir die Arbeitsblätter entsprechend benennen, sodass wir die Funktionsweise auch später nachvollziehen können. Durch das Modularisieren erreichen wir vier zentrale Ziele. Erstens, wir trennen unsere Operationen von den Werten. Zweitens, wir kapseln Operationen als parametrisierte Funktionen. Drittens, wir können Module leichter mit anderen Werten wiederverwenden. Und viertens, wir strukturieren unsere Programme. Durch die Eigenschaften von Modulen verbessern wir die Nachvollziehbarkeit unserer Arbeitsschritte. Dadurch werden unsere Programme und Funktionen übersichtlicher und leichter zu verstehen. Zum Abschluss fragen Sie sich, wie können wir die Ergebnisse unserer modularisierten Operationen gemeinsam mit unseren ursprünglichen Werten darstellen. Wie immer, schreiben Sie Ihre Lösung unten in die Kommentare. Wir haben die Möglichkeit die Nit Acceler rifuelle. Dann wird heute mit unserer eneztherichte in den Werten. Musik 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 Vielen Dank.